Guten Abend miteinander. Was man täglich braucht, muss gut sein und günstig. Das gilt natürlich besonders für das Rauch und für das halbweiss Brot bei Gobe täglich offen frisch. Und zu Preisen vergleichen Sie, Sie werden staunen. Gobe Brot ist eben Brot vom Beck. Grüezi Herr Zimmermann, jetzt schauen wir Ihnen ganz gerne mal zu. Dann beim Zöpfle von diesem beliebten Gobe Butterzopf, hergestellt aus reinem Anker, da zeigt sich das richtige Handwerk. Wie lange wird schon gebacken bei Gobe, Herr Zimmermann? Schon seit über 100 Jahren. Aha, also wenn man ein gutes und preiswertes Brot macht, das wissen Gobe ist in diesem Moment schon lange. So ist es. Danke schön, Herr Zimmermann. Bei Gobe gibt es in der ganzen Schweiz über 140 verschiedene Brotsorten, die je nach Region auf die Wünsche der Kunden abgestimmt sind. Und zu einem guten Brot gehört natürlich auch der gute, berühmte Schweizer Käse. Und auch da ist Gobe Ihr Spezialist. Er offeriert Ihnen in Ihrem Gobe-Bladen, was es alles braucht für einen guten, richtigen Käse. Die fünf berühmten Schweizer laden ein. Der charaktervolle Emmentaler, der bekannte Greyerzer und der rassige Urschweizer, nämlich der Sprienz, aber auch der würzige Apiceller und der milde bis rezente Tilsiter. Alle in 1A-Qualität. Sie sehen, für Käse und Brot musst du zu Gobe. Und für Elektrogeräte in der Qualität von Spitzenmarken gehen Sie am besten jetzt in Ihres Gobe-Warenhaus. Das Jura-Dampfbügel-Ise hat Doppeldampftasten und eine Spreidüse. Das Philips-Gerät hackt, mixt, schneidet und rührt mit grosser Geschwindigkeit. Der Satrap Humifresh Luftbefeuchter muss man nicht entkalken und braucht wenig Strom. Die Satrap Espressovap, dank dem Damp-System, eine der leistungsfähigsten Espresso-Maschinen. Die Elektrogeräte von Spitzenmarken kommen Sie jetzt zu absoluten Täuschpreisen bei Gobe über. Das Heizen vergisst man jetzt natürlich nicht, aber haben Sie noch genug Öl zuhause? Ok Gobe bedient Sie sofort mit Heizöl zu günstigsten Tagespreisen. Ok Gobe ist Ihr Spezialist für Heizöl, Kohle und Schmineholz. Und jetzt ein Thema, das gerade in der Geschenkzeit besonders aktuell ist. Einfach wieder einmal an das Helfen denken. Sie haben vielleicht schon gehört von dieser Grossaktion Gobe mit Benin – Gesundheit für die Ärmsten. Benins frühere in Dahomey an der Westküste von Afrika hat nur 3,5 Millionen Einwohner. Und so wollen wir denen sehr armen Leuten helfen. In Zusammenarbeit sollen ganz einfache Sanitätspösten errichtet werden. Eine Krankenschwester tut Helfer ausbilden und die Leute über Gesundheitsvorsorge aufklären. Und eine hygienische Wasserversorgung soll aufgebaut werden. Ein solches Wasserloch ist ungeschützt gegen Dreck und Bakterien. Der Bau von so einfachen Ziehbrünen bringt einen grossen Fortschritt. Wir wollen den Leuten in Benin helfen, damit sie sich selber wieder helfen können. Für Gesundheit und eine bessere Zukunft. Ihren Beitrag macht es möglich. Die Eidgenossenschaft und Gobe garantieren für die richtige Verwendung. In allen Gobe-Läden stehen Sammelurnen und Gobe hat bereits einen schönen Betrag hergestellt. Danke für Ihre Hilfe. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei Gobe Gobe Himbeersirup, 1 Liter statt 3,70 nur 3,10. Arnie Branche, 4 Stück, 88 Gramm, Milchnuss oder Dunkel, statt 1,50 nur 1,10. Goldstar Fischsticks, tiefgekühlt, ohne Gräte, 400 Gramm, 16 Sticks, statt 3,90 nur 3,20. Und noch morgen, übermorgen und am Samstag Frischbachbutterzopf, um selber fertig zu backen, 400 Gramm statt 2,60 nur 2,10. Binti, Herr Töpfel, Tragtaschen an 2,50 Kilo, nur 2,20. Hier noch der aktuelle Preisschlager. Jetzt gibt es bei Gobe Hösliwindle, Avela Baby Kombi, Maxi und 10 Kilo. Paket an 40 Stück, nur 1,50. Auf Wiedersehen. Okay. Musik 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 Vielen Dank.